An dieser Erkrankung leiden eine Menge Menschen in Deutschland. So, der Nächste bitte, wie können wir helfen? Ja, guten Tag, ich sehe kaum noch was. Und irgendwie ist auf dem linken Auge alles verschwommen. Und haben Sie sowas schon öfter gehabt? Ah, in dieser starken Form noch nie. Können Sie das Licht bitte ein bisschen dunkler machen? Mein Kopf explodiert gleich. Bitte, das Licht dunkler machen? Das hier im Krankenhaus schwierig. Ich rufe aber mal schnell den Arzt an, da scheint was Ernsthafteres zu sein. So, guter Mann, wie geht's Ihnen? Ich habe gehört, Sie haben Sehstörungen? Ich sag, genau, okay. Moment, langsam, bitte was? Deservez, er war sie. Ah, okay, Kevin, ich glaube, er hat einen Schlaganfall. Ruf bitte schon mal den Neurologen an. Ja, alles klar, mach ich sofort. Okay, so, wir machen jetzt mal ein paar Tests. Bitte einmal lächeln. Und jetzt einmal beide Arme nach vorne und die Handflächen nach oben. So. Genau, das scheint ja zu funktionieren. Können Sie bitte ein bisschen leiser sprechen? Ah, jetzt wird mir auch noch schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Ja, seit wann haben Sie das denn schon? Ich habe seit der Kindheit schon Probleme mit Kopfschmerzen. Aber die letzten Tage, die waren einfach so stressig. Doc, der Neurologe ist unterwegs. Alles klar, sehr gut. Ich denke allerdings, dass es kein Schlaganfall sein dürfte. Okay, sondern Migräne und zwar mit einer heftigen Aura. Und das ist jetzt auch 그래도, wenn ihr durchslaget colleges. Oder mit einem Klang kommen ausgeblend.